Habt ihr euch auch schon oft gefragt, wie Trails in eurer Reichweite wirklich aussehen? Und seid ihr dabei auf verwackelte YouTube-Videos gestoßen, die kaum eine Beurteilung des Trail-Zustands zugelassen haben? Mir ist es genau so gegangen. Und das ist der Grund, warum ich diesen Kanal starte. Ich zeige euch hier die Trails, die mir gefallen, aus meiner Perspektive, ohne Ablenkung, mit Konzentration auf das Wesentliche, den Trail. Viel Spaß dabei und willkommen bei der ersten Episode von Trailsammler. Heute auf dem Badish Moon Rising Trail in Freiburg. So, nun aber zur Sache. Der Badish Moon Rising Trail beginnt vom Schau ins Land, allerdings dort erstmal mit circa zwei Kilometern Forstweg. Die machen eine ganze Menge Höhenmeter platt und danach darf man sich den Traileinstieg suchen. Die Grafik, die jetzt hier läuft, ist von Relift bzw. Strava und zeigt dann auch den gesamten Trailverlauf bis zum Külpfelsen. An der jetzt folgenden Kreuzung wusste ich nicht genau, wie ich abbiegen musste. Es gab zwei Schilder, allerdings waren die für mich nicht eindeutig. Ich musste erstmal das Smartphone rausholen und den GPS-Track checken, wo ich jetzt den Traileinstieg tatsächlich finden würde. Nach kurzer Orientierung war der Traileinstieg gefunden und es ging nun endlich auf den tatsächlichen Mountainbike Trail. ZDF-Track kaputt, der nach dem Tatschau von Külpfel gelegt wurde. ZDF-Trackat Das war's. So ist es. Hier folgt nun also der erste Gegenanstieg. Damit das Video aber nun nicht hauptsächlich aus meinem Gehechel beim Bergauffahren besteht, habe ich die meisten Anstiege rausgeschnitten. Wohlwollend für den Zuschauer. Ansonsten würde nämlich das Video zu einem Großteil aus so einem und so einem und so einem und so einem Teil bestehen. Ich denke damit sollte die Sache klar sein. Ich möchte einfach nur noch mal sagen, dass der Moon Rising Trail eben kein reiner Downhill Trail ist, sondern ein Cross Country Trail würde ich nennen. Und da muss man eben auch mal hochfahren. So nun aber wieder zurück zum Trail und Schluss mit den Ansagen. Und da muss man jeden Tag auf die Erde gehen. Und da muss man hinten aufhören. Das war lauter. So ist es. So ist es. So ist es. So ist es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sage auf Wiedersehen und bis bald Nicht genieren, abonnieren! Euer Trailsammler, ciao!